moin moin leute und herzlich willkommen zurück zu zelda des skyward sword wir sind hier stehen geblieben bei dem zeitportal und wir haben natürlich wieder mal irgendwelche kacke am dampfen und gehen mal schnurstracks nach draußen um nachzusehen was los ist und es ist weiß okay das hat sich auf jeden fall nicht gut an du weinst wiederum das soll wieder so klar ja die erde bebt du hast es erfasst einfach war du hast es erfassen warum muss ich da jetzt so rum was ist denn los ja okay ich bewege mich ja schon okay ich bewege mich ja schon immer schön im letzten moment und okay wir sind unten angekommen nein siegel nicht brechen okay wir haben es versäumt wie immer sonst wäre die stimmung kaputt oh es ist schuppig und riesig und hat scharfe zähne dass ich das mal erleben darf in einem zelterspiegel das wo der verbannte wie motion kontrol du siehst aus wie ein überraschungsei mit scharfen zähnen er hat das siegel gebrochen ich erzähle dir später mehr darüber jetzt musst du erst dafür sorgen dass er nicht aus seinem loch entkommen kann er darf den tempel nicht erreichen okay wo wo shit wo wo ok nochmal an wo jetzt ok und farm 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 da hinten ist noch mal was das ist nicht gut woa 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 a ok hast du mir jetzt noch okay Hä? Okay, warte mal. Das checke ich jetzt, glaube ich, nicht. Aha. Aha. Okay, jetzt habe ich es. Ich musste das Siegel ihm da wieder reinklatschen. Oh, der hat die Farbe gerne. Nein. Ah, du darfst nicht da hoch. Schnell, schnell, schnell. Hä? Ach, es kommt wieder raus. Das ist natürlich... Ah, okay. Wo bist denn du jetzt genau? Oh, okay, so meine Füße sind wieder nachgewachsen. Ah, du bist da unten. Okay. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ausdauerablette. Drogenfrucht. Okay. So, dann nochmal. Ja, komm her. Und... Schnell, der guckt... Nein. Okay, der hat mich noch erwischt. Okay, und zack. Okay, dann erstmal... Okay, schnell. Okay, Punkt. Ja, mach dein Schlägchen. Aber nicht nur mir, ne? Okay. Okay, jetzt kommt hier vorbei. Okay, und... So, du fällst nochmal um. Wir sprinten schnell auf die andere Seite. Okay, so schwer ist der Gegner gar nicht. Wie ich gedacht habe. Also, wenn das echt der Bossfight war, dann... So. Und... Nochmal. Und... Nein. Ja, so. Ja, okay. Wurstel dich nochmal nach vorne. Wuii. So. Dum, 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 dum. Die epische Musik einfach. Das ist so herrlich. Oh, jetzt kommst du mir ein bisschen zu nah. Okay. Ja, 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 ja. Ich hab gecheckt, was wir da tun müssen. Ich hab's gecheckt. Ja, und da sprießen seine kleinen Zähchen wieder hervor. Oh, es wird immer schneller. Wir machen es erst so. Genau. Okay. So. Ja, verdammt. Na klar. Ja, nein. Jetzt lässt er mich da nicht mehr durch. Wow, wow. Oh, nein. Nicht da runter. Shit. Oh, das war jetzt epic fail vom Feinsten. Oh, nein, 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 nein donnern wir ihm da das Siegel nochmal in den Schädel. Alle guten Dinge sind noch drei. Und nochmal. Und nochmal. Ja. Jawohl. Wir haben es gepackt, glaube ich. Oder er ist jetzt erst richtig stinkig. Was macht er jetzt? Er wird weiß. Okay. Hier. Hier könnt ihr ja hören, wie mein Controller vibriert. Okay. Wir haben es gepackt. Ah. Was kriegen wir denn? Ah. Oh. Oh. Die Schuppen fliegen. Whee. Okay. Wir haben das Siegel wieder schön eingesetzt. Tock. Na komm. Mach Sitz. Los. Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein. Oh. Hier waren das genau. Okay. mal schnell wieder da runter. Ah. Bei der Macht von Grayskull. Tada. Ah. Aha. Okay. Okay. Schönes Minigame hier noch mit drin. Und nochmal. Hier. Zack, zack. Oh. Was war das für ein cooler Move? Und das Siegel ist erneuert, wie es aussieht. Das war ja ein chilliger Bossfight, würde ich mal sagen. Der war ja gar nicht mal allzu schwer. Oh. Aha. Okay, die ist ziemlich beeindruckt von uns. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Zeit verschafft. Hm. Okay. Och. Mit Druck kann ich umgehen. Das kennen wir. Es gibt viel zu bereden. Hm. Also die Folge und die letzte Folge sehr, sehr Cutscenen-lastig, merke ich gerade. Aber es gefällt mir. Das erzählt schön die Geschichte. Auch wenn die meisten es irgendwie kaputt geredet haben, das Spiel. Ähm. Ich finde, so schlimm ist dieses Zelda gar nicht, wie die alle meinen. Und bis jetzt fasziniert es mich einfach. Nein, Handy, hör auf. Ähm. Aha, okay. Das war ja irgendwie klar. Nee. Waren wir da nicht überall schon? Oh, das ist nicht dein Ernst. Oh. Okay. 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 Hä? Oh, Zelda. Wenn du jetzt das Lied kennst, bin ich baff. Okay, ich glaube, er hat eingesehen, dass er ein bisschen im Weg ist. Ähm. Ja, na klar. Vertrauen wir auf unser Schicksal. Wir sind cool, jung und brauchen das Geld. Okay, also wieder in den Wolken. Oh, das ist okay. Ähm. Was möchtest du denn jetzt? Oh. Das finde ich auch geil. Mit dieser Prozentanzeige hier immer speichern. Das tun wir mal. So. Ähm. Ja. Und dann würde ich mal sagen, beenden wir auch den Part hier. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Let's Play Zelda The Legend... Oh, verdammt. Ich meine The Legend of Zelda Skyward Sword. Bis die Tage und auf Wiedersehen. Bis die Tage und auf Wiedersehen. Bis die Tage und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020